Ja, mein Name ist Konstantin. Ich habe hier ein Virus auf meinem Computer, steht hier. Ein Virus? Ja, ein Virus auf meinem Computer. Okay, und könntest du mir sagen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Na, da stand so eine Meldung, unerwünschte Datei und Sicherheit im Netzwerk ist gefährdet. Ich habe jetzt die Telefonnummer aufgeschrieben und habe den Computer schnell ausgemacht, damit der Computer nicht kaputt geht. Sind Sie am Computer? Ja, ich habe den ausgemacht. Einzalten Sie bitte Ihren Computer. Ich helfe Ihnen da. Ja, soll ich den wieder anmachen? Ja. Gut, alles klar. Ich mache Computer wieder an. Ja, ich bin am Telefon. Innen drin? Und, Herren, könnten Sie mir sagen, einmal Ihre Nummer, Ihre Telefonnummer? Ja, 07221? 07221? 76534. 76534. Ja. So, ich habe... Und Sie bekommen diese Bildung erst einmal, oder? Ja, ja, erst einmal. Ich war so bei Erwachsene Internetseite, Sie verstehen. Ja, ja, ich verstehe. Sexy Ladies angucken und dann kann diese Dinge... Das habe ich schnell ausgemacht. Das ist natürlich voll der Buzzkill. Okay, kein Problem. Ich helfe Ihnen im Speich. Ich habe den Computer jetzt wieder angemacht. Was soll ich tun? Dann sehen Sie auf dem Tastatur ganz unten links. Es gibt eine SDRG-Taste. Ja, Steuerung. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Computer. Kein Problem. Ich bin da für Sie. Super. Und daneben SDRG, welche Taste gibt es? Äh, also links daneben ist nichts. Da hört die Tastatur auf und rechts davon ist die Windows-Taste. Wie immer. Okay, halten Sie dieses Windows-Taste mit einem Finger fest. Mit welchem Finger? Oder ist es egal? Egal. Halten Sie dieses Windows-Taste. Dann nehme ich den Pinky-Finger. Okay, ja. Und mit dem anderen Finger drücken Sie bitte R, R über den Start. Gleichzeitig drücken. Aha, okay. Habe ich gemacht. Und jetzt sehen Sie ein Ausführungsfinger auf Ihrem Bildschirm? Äh, ja. Das kann ich auch sehen. Okay, loslassen Sie beide Tasten und schreiben Sie darauf www. W-W-W-W. Punkt? Punkt. Ja. Ja. A wie Anton. Aha. N wie Nordpol. Aha. Epsilon. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. K wie Conrad. Anydesk? Ja, Anydesk. Punkt. Das Programm habe ich auf meinem Computer, wenn das hilft. Okay. Öffnen Sie bitte dieses Programm einmal. Ja, gar kein Problem. Öffnen Sie dieses Programm? Ja, habe ich aufgemacht. Und sehen Sie neunstellige Nummer auf Ihrem Bildschirm? Ja klar. Mein Arbeitsplatz. Sagen Sie mir bitte Ihre Nummer, Ihre neunstellige Nummer. Ja klar. Ist 984? 984. 646. 646. 966. Belehrt. 966. Sie sind von Microsoft oder was? Nein, von Dell. Wir sind von Microsoft. Mein Laptop ist von Dell. Ah, der Laptop ist von Dell. Jetzt klicken Sie auf annehmen. Okay. Jetzt Sie haben sehr gut gemacht. Lassen Sie Ihre Maus frei. Ich soll die frei lassen? Aber die ist noch gar nicht gewöhnt an Ihrer Umgebung. Die wird weglaufen. Ja. Herren, lassen Sie Ihre Maus frei. Jetzt bin ich mit Ihrem Computer verbunden. Warum nennen Sie mich eigentlich immer Herrin? Alter, ist das hier irgend so ein SM-Spiel, von dem ich nichts weiß? Herren, ich bin jetzt mit Ihrem Computer verbunden. Aha. Und ich mache alles für Sie. Herren, könnten Sie mir sagen, bekommen Sie diese Meldung erstes Mal? Ja, ist das erste Mal. Okay. Und wie alt ist Ihre Computer? Drei oder vier Jahre oder so. Drei oder vier Jahre? Aber ich habe jetzt am Wochenende Windows neu installiert. Okay. Einmal so Backup gemacht, weißt du? Okay, okay. Ich verstehe. Kannst du das reparieren, Anushka? Wie bitte? Kannst du Computer reparieren? Ja, ja, ich mache das für Sie. Ja? Eine Sekunde. Das ist gut. Was machen Sie da? Eine Sekunde, bleiben Sie am Apparat bitte. Ja, wo soll ich auch hingehen? Nein, nein, lassen Sie Ihre Maus frei. Ich soll die freilassen? Ja, freilassen. Ja, also ich kriege hier gerade bei mir von meinen Kanalmitgliedern, ich soll Ihnen den Geheimcode 00wcfrisch durchgeben. Können Sie damit was anfangen? Herren, warten Sie bitte. Geben Sie mir eine Minute. Nein, dafür ist meine Zeit zu wertvoll. Ich habe lange genug gewartet. Zwölf endlose Jahre in Azkaban, verdammt! Was tust du da? Herren, welche Browser benutzen Sie? Google Chrome oder? Red OS von Nordkorea. Okay. Ja, ich habe keinen Verlauf. Das ist so eingestellt, dass das immer gelöscht wird. Immer? Ja, das wird immer gelöscht. Wenn ich Computer ausmache, ist alles gelöscht. Okay. So, Herren, ich erkläre Ihnen. Er nennt mich immer noch Herrin. Ich werde irre in der Birne. Wie bitte? Ha? Ne, ich habe mit meiner Katze gesprochen. Alles gut. Okay. Okay. Was machst du, Anushka? Hallo? Was ist los? Ich heiße Petra. Peter? Freut mich. Ja, ich heiße Peter. Ich hätte gedacht, du bist ein Mädchen, aber ist egal. No homo. Hey, Peter. Bist du Peter, der Mädchen? Ja, ja, ich bin hier. Könnten Sie mir sagen, wie viele Leute benutzen Sie dieses Computer? Also, wenn ich die Webcam anmache, sind zu 600, 700 meistens dabei, wenn ich ihn in der Hand habe. Könnten Sie hier das sehen? Netzdat? Ja, das kann ich sehen. Netzdat bedeutet Herrn Netzwerkstatus von diesem Computer. Und da unten, wenn Sie hier das lesen, da gibt es lokale Adresse, remote Adresse und die Status. Unten lokale Adresse, wenn Sie darauf sehen, da finden Sie jedes Mal die gleiche Nummer, 10 und umso weiter. Aha. Das ist die IP-Adresse. Aber, Herren, diese remote Adresse ist die fremde Adresse. Und wie ich hier sehen kann, da gibt es unterschiedliche Nummer, unterschiedliche IP-Adresse. Die endet mit HTTPS oder HTTP. Ja, richtig. Das bedeutet, Herren, die sind alle fremde Leute, die haben versucht, eine fantastische Verbindung zu machen, ohne ihre Rauben ist. Und was Sie online machen in diesem Computer, diese fremde Leute könnten alles sehen. Wirklich? Ja, wirklich. Und das ist nicht gut für Ihre Privatsphäre, für Ihre persönliche Information. Zum Beispiel, machen Sie Online-Banking oder machen Sie Online-Shopping oder schreiben Sie E-Mails. Ja, ich schreibe mir immer selber E-Mails, weil es gibt ja keine Menschen, die sich mit mir wirklich unterhalten möchte. Aber heutzutage, es gibt so viele Probleme im Internet. Und diese Leute könnten alles sehen. Das ist nicht gut. Deswegen, Status ist schön hergestellt, hergestellt oder warten, warten. Und dieses alle fremde Leute kommt außerhalb des Deutschlands. Deswegen, hier gibt es aktive Verbindungen. Diese Leute sind schön aktiv mit ihrem Netzwerk. Das ist ja schrecklich. Das ist sehr, sehr schlecht. Und sehen Sie hier, Fehler, Fehler, Warnung, Warnung. Ja, ich kann das sehen. Was kann man da denn, kann man das reparieren? Oder muss ich jetzt Windows installieren? Hier gibt es Datum und Uhrzeit auch. Sehen Sie, hier ist Schmache unten für sich. Alter. Dieses, ganz oben, können Sie hier das lesen. Anzahl von Ereignissen. 1578. Oh, das ist ja schrecklich, Alter. Und Herren, ich denke mal, wenn der Computer ein bisschen langsam ist, dann würde der ja perfekt zu dir passen. Aber der muss ja zu mir passen. Von daher, der Computer muss schnell sein. Verstehst du das? Und Herren, ich bin nicht deine Herrin, verdammt. Das ist hier kein BDSM-Treff. Oh, Entschuldigung. So, können Sie mir sagen, wie heißen Sie? Dimitri. Können Sie hier schreiben, einmal, Ihren Namen? Dimitri. Da, richtig. Okay. So. Also, Sie können nicht meinen Namen löschen. Können Sie Ihren Namen auch noch hinschreiben? Wie ist Ihr Name? Petra. Warte, ich dachte, du heißt Peter. Nein, nein, es heißt Petra. Ah, bist du ein Mädchen? Das ist doch gut. Petra. Ja, ja. Ja, es heißt Petra. Ah, super. Geben Sie mir eine Minute, bitte. Alles klar? So, reicht das? Hallo? Was los? Ich schreibe nur so ein bisschen, äh, bisschen Situations, äh, Romantik. Okay. Erzähl ruhig weiter, lass dich nicht von mir stören. Eine Sekunde, lassen Sie Ihre Maus frei, bitte. Ja, aber hier, ich habe Copyright auf die Texte, ja, nicht klauen. Alter, wenn niemand das nur noch erleben könnte, der würde vor Freude weinen. Nein, nein, weinen Sie nicht, bitte. Doch, es ist aber zum Weinen schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Appa-Prosa hier schreibe, in, 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 live in einer Unterhaltung. Ähm, in, in, weinen Sie nicht, bitte. Was machst du jetzt? Kannst du jetzt meinen Computer reparieren oder willst du meine Prosa klauen? Hallo? Was los? So, Helen, sind Sie am Computer? Was mache ich? Sind Sie am Computer? Ja, klar. Okay, so, Helen, äh, jetzt ist Helfer Ihnen dabei. Und weinen Sie nicht, bitte, okay? Ja, aber dann musst du die nächste, die nächste, die nächste, die nächste Zeile schreiben. Ja. Lassen Sie Ihre Maus. Ich wollte nur, dass mit dem Nicht-Weinen noch einbauen. Nein, Quatsch. So, du musst mich... Hast du auch Aids? Ja, ja. Ha, ha, ha. Das glaube ich dir sogar. So, Helen, ich helfe Ihnen dabei. Wobei denn, verdammt? Bei der Fertigstellung meines Mimmon Baraka-Gedichtbandes oder inwieweit wollen wir uns da vereinigen? Ich schreibe für Sie hier. Okay? Fremde Leute komplett blockieren. Aber so lernt man niemanden kennen, wenn man alle Fremden blockiert. Ich will auch im Dating doch Erfolg haben. So viele fremde Leute sind schon aktiv mit ihrem Computer. Opa hat Singgemangel, Opa spielt Triangel. Hast du das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ich mache diese Leute komplett blockieren von ihrem Computer. Und danach, ich mache diese alle Fehler und Warnungen weg von ihrem Computer, was wir gerade gesehen haben. Okay? Aha. Und danach, ich installiere eine Netzwerksicherheit in ihrem Computer, Helen, sodass Sie kriegen keine Probleme in Zukunft. Haben Sie verstanden? Ja. Opa ist Wunderheiler. Opas Schwanz ist ein Granitpfeiler. Okay. Hallo? Helen? Ja, ja, ich bin da. Was ist los mit dir? Hallo? Ja. Lassen Sie Ihre Maus frei, bitte. Bewegen Sie Ihre Maus nicht. Soll ich den Hamster auch freilassen oder darf der bei mir bleiben? Ja, ja, alles freilassen, ich habe gesagt. So, Helen, ich erkläre Ihnen, ich habe zentrale Probleme von Ihrem Computer. Dein Computer hat auch zentrale Probleme. Und danach, ich brauche innerhalb von ein bis zwei Stunden Zeit. So viel? Ja, ich brauche eine Stunde Zeit, auf Ihrem Computer zu arbeiten. Und ich gebe Ihnen meine Nummer auf, meine kostenlose Nummer auf, so damit, wenn Sie irgendwelches Probleme haben in Zukunft, Sie können uns kontaktieren. Ich bin immer da für Sie. Wir sind rund um die Uhr. Rund um die Uhr? Ja, ja, ich bin immer da. Geil. Also, was kostet eine halbe Stunde bei dir? Keine Schutzprogramm. Jetzt erkläre ich Ihnen, ich schreibe für Sie hier, wir haben diese Untersuchung für drei Jahre. Und hierin für drei Jahre, es kostet 399 Euro plus die Mehrwertsteuer. Ach so. Ah Mensch, da muss ich eigentlich fast mal wieder was live machen, wenn ich euch, Knallvögel, jetzt da und wieder am Telefon habe, wa? Ich habe zwar gesagt, ich werde es nie wieder tun, aber scheiße. Herrin, Sie haben eine Begrüße mit Ihrem Netzwerk. Was habe ich? Ihr Begrüße ist von... Hallo? Hey, was ist mit dir los? Mit Ihrer Sicherheit. Meine Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich habe Kalaschnikow und Turban. Herrin, Sie ist wisse, aber Ihr Computer ist nicht wisse. Ich muss dich mal was fragen. Von wo rufst du an? Fragezeichen. Ich bin von Microsoft. Ja, aber wo? Welche Stadt? Herrin, ich bin in der Schweiß. Du bist ein Schwein? Sag doch nicht sowas über dich. Schweiß. Ich habe gesagt Schweiß. Achsel Schweiß oder anderer Schweiß? Schweiß. Aber Microsoft ist doch in Amerika. Nein, Microsoft ist auch in Amerika, in Deutschland, in Schweiz, in Russland, in Russland. Und du willst jetzt 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Wie viel ist das mit Mehrwertsteuer? 19 plus Mehrwertsteuer. Ja, wie viel ist das dann zusammen? Äh, 594. 594. Ich habe noch einen Gutschein. Kann ich den einlösen? Welche Gutschein haben Sie? Warte, soll ich den Gutschein-Code einmal... Ich habe hier einen... Warte. Hast du das verstanden? Das ist ein Gutschein-Code. Das ist ein Gutschein-Code. Steht hier im Internet. Kann ich einlösen. Ich rufe die Gutschein-Code. Ich rufe die Gutschein. Banshot... Hallo? Das ist Rakesh, calling from NBC News Station. You are live on the air, stupid Schammer. You are disgraced to all our country, right? Yes, die Inder-Betrüger sind wieder da. Banshot ist ein sehr nettes Wort für jemanden, der seine Schwester mehr lieb hat, als er darf. Um es hier nutzerfreundlich zu halten.